welcome back ladies and gentlemen zu espresso tycoon ein kleines weiteres angezockt hier auf meinem kanal es handelt sich hierbei um den prolog das spiel selber kommt im märz nächsten jahres raus und wir können jetzt schon mal ein bisschen rein dadeln und ja ich wollte auch schon immer mal ein café eröffnen und das können wir jetzt hier virtuell tun wir starten erst mal mit dem tutorial ich glaube dann gibt es noch eine weitere mission die wir machen können und das probieren wir jetzt einfach mal aus let's go welcome to london my name is kim and i'll guide you on how to run the coffee business or at least tell you what i've learned during the past 20 years your first task is to come up with a fun brand name and identity for your coffee company that will attract people and scare away these annoying pigeons go away you stupid creatures i'm sure you can make it fun for the people but these pigeons they drive me crazy ja schönen guten tag auch kim okay wir können jetzt hier einmal unsere marke kreieren heißt wir können jetzt erst beim logo auswählen was wir vorne drauf klatschen viel kaffeetassen eine krone ist schon mal gut und daumen könnt ihr by the way auch mal da lassen wenn ihr wollt das dollarzeichen klar der klassiker was atomzeichen auch gut weiß jeder bescheid dass unser kaffee wirklich sehr gesund ist man mit maske so weit ist es schon ein herz herz ist immer gut was nehmen wir denn fast flugzeug k-strange guck mal hier dem lebkuchen man den nimmer doch jetzt hier wie nennen wir unseren laden wir werden wahrscheinlich auch latte verkaufen machen mal zur heißen latte brauchen wir eigentlich fast noch mal hier ist noch mal anderer schriftzug was nehmen wir denn irgendwas verschnörkeltes würde glaube ich ganz gut passen das hier in größe wäre cool farbe alter sticht gleich ins auge ach rot der klassiker ne so zur heißen latte aber ich würde sagen dann passt gar nicht mehr das symbol dazu was passt denn zu einer heißen latte eigentlich wirklich so ein kaffeebecher na komm wir nehmen die drei kaffeebohnen und dann können wir im grunde auch schon durch starten wow what a brand i bet your place will attract customers like these to honey now let's learn how to navigate around the scene ok bring's mir bei grundlagen äh bewegung erstmal kamera jeder kennt es so kamera drehen links kamera drehen rechts erledigt ähm kino modus gibt's auch kann man ausprobieren wie mache ich das das ist der kino modus naja kann man machen wechsel zur strategischen kamera zurück ok great now that you're familiar with the camera movement let's do some actual work this coffee shop has potential but it looks like a stinky dirty warehouse let's start by getting rid of the rubbish any sheets covering the workstations klar erstmal sauber machen zack weg dem müll plan auch noch weg the coffee shop looks much better without all the mess doesn't it it still looks a bit neglected though let's change that by repainting the walls in the floor ok erstmal komplett renovieren das ding es sieht halt auch echt schäbig aus das passt halt nicht zu unserem namen dekorationsfenster öffnen das haben wir gleich hier unten dann haben wir hier auch noch snacks ein kaffee editor wir können hier im grunde auch selber unsere cafés zusammenstellen karte können wir bearbeiten kaffeemaschinen genau aber erstmal deko boden und wände sitze tische schränke snacks wände boden pflanzen lampen gemälde speziell und sonstiges wir folgen erstmal stur dem tutorial so was haben wir denn hier für eine wand oh gott eine tapete ekelhaft das ist doch ganz cool es gefällt den senioren soll das bedeuten ich bin alt oder was weil es mir selber auch gefällt das gefällt studenten ist aber auch nicht schlecht stil punkt 2 ist die punkt 2 ist die punkt 3 ja das wäre halt schon stil punkt 3 aber ich würde sagen wir machen einfach mal so ein allrounder und schauen dass wir uns in der roten farbe halten das sieht doch geil aus so einmal schön in rot wie die liebe eigentlich hätte man dann doch das herz nehmen sollen als symbol fußböden gefällt business leuten lässigen leuten und kindern naja sieht mir ein bisschen zu langweilig aus das geht gar nicht naja oder einfach so ein standard boden oder erstmal holz aber da kann ich die farbe nicht wählen so wir machen so ein bisschen rot-gold das sieht eigentlich glaube ich ziemlich geil aus sehr elegant sehr sexy na klar zwei tische und vier stühle wir fangen natürlich erstmal klein an logisch wir haben mal den kohle 4.626 gut was haben wir denn hier potten hässlich noch hässlicher ja ok das ist eigentlich schon mal ganz niedlich die gefallen mir auch ich finde bei solchen tischen da ist halt einfach mal viel zu wenig platz drauf davon würden wahrscheinlich am meisten auch reinpassen von diesen tischen aber ich würde mal sagen ich gehe jetzt mal hier auf moderner schmaler tisch und da können wir dann auch wieder die farbe wählen und natürlich gehen wir da wieder auf road was haben wir hier für ein rot wenn ihr das kräftige gut wo platzieren wir das ganze ich hätte gesagt ich persönlich mag es eigentlich immer gerne in cafés am fenster zu sitzen also machen wir jetzt einmal hier hin einmal hier hin dann können wir hier noch stühle drum herum machen zum beispiel bei zwei tischen das reicht erstmal fürs tutorial sitze nehmen wir natürlich den bequemsten im café immer ganz wichtig den bequemsten stuhl zu haben es gibt nichts schlimmeres als sowas hier ohne arm lehnen geht überhaupt nicht oder so ein klappstuhl das kann man ja im biergarten oder so da geht sowas schon aber nicht in einen schönen eleganten café nehmen wir jetzt das hier passen das nochmal an das sieht doch ganz nice aus so einmal hier dran ah damn ich muss die noch mal ein bisschen weiter auseinander machen soll ich das jetzt wieder verkaufen öffnen dekorationsfenster so das verschieben wir jetzt nochmal ein bisschen sollte der tisch schon nochmal so ein bisschen am fenster sein das ist schon wichtig so den können wir drehen ja das ist doch gut hier so einen müssen wir verkaufen das geht auf einfach auf entfernen okay dann holen wir uns aber gleich wieder und den hätte ich gerne nochmal ein bisschen versetzt so der ist ein bisschen zu nah dran da meldet sich dann gleich wieder mein Perfektionismus so kann man das erstmal machen wir bauen das natürlich dann noch weiter aus schließen dekorationsfenster wenn erledigt alles klar oh ja Musik ganz wichtig die jukebox was hier irgendwie bei sonst dick ist speziell ach hier jukebox geil jukebox hero könnten wir hier hinstellen oder da hinten hinstellen damit die Musik auch nicht zu aufdringlich ist bam stellen wir einmal da hinten ab und wir sollen okay wir können die Musik auch oh geil wir können die Musik auch auswählen es gibt Jazz es gibt Launch es gibt Rock ey ich war noch nicht fertig äh was wollte sie jetzt sagen ein Menü sollen wir jetzt erstellen okay machen wir gleich erstmal noch Musik es gibt sogar Techno krass country howdy car boy bisschen Fork äh geil Latino aber gut wir sollen Launch machen Hip Hop gibt's auch krass aber Launch ist für so ein Café ganz gut Café, Launch, Music oder Jazz ruhiger Latino kann ich mir auch vorstellen dann wird es aber eher so ein spanisches Café okay wir sollen jetzt hier das Menüfenster öffnen das ist unsere Speisekarte wir können jetzt einen neuen Café erstellen oder schon mal hier diese vorbereiteten reinklatschen die können wir noch nicht herstellen weil uns noch weil uns noch Zutaten fehlen deswegen jetzt erstmal den Espresso hier drauf damit wir mal was auf der Karte haben und alles andere auf Flat White müssen wir auch hinzufügen kurz mal auf Flat White noch dazu they are picky gut kriegen die picky Leute auch special café Kaffee Editor so jetzt geht's los wir kreieren unseren eigenen Kaffee wir haben hier verschiedene Tassen zur Auswahl oh hier geht richtig viel rein auch süß wie klein die Tasse ist ich würde mal sagen ich finde eigentlich die erste gar nicht so schlecht erste oder zweite ist es so nach meinem Geschmack den Kaffee benennen kann man das erstmal überspringen ich weiß noch gar nicht was ich jetzt kreiere ok wir können Schichten hinzufügen erstmal die Basis und zwar ja klar ein Kaffee gehört natürlich der Espresso rein so hier können wir die Milliliter Anzahl bestimmen hier unten haben wir die Marktanalyse und sehen wer sich davon angesprochen fühlt ok wir brauchen jetzt hier gar nicht so viel rein machen 40 Milliliter bisher springen nur die Businessleute drauf an klar die brauchen Power deswegen auch Espresso rein dann natürlich heiße Milch oh ja heiße Milch mag jeder und ich glaube mehr haben wir noch gar nicht was soll das denn heißes Wasser kaltes Wasser ihr trinkt denn Kaffee mit Wasser oder kalte Milch was ist das haben wir noch Vanillesirup oh das mögen sie gar nicht ok kommt wieder raus so passiert jetzt was wenn ich ein bisschen mehr Milch rein mache ah ja sieh mal einer an die Touristen und die Studenten springen auf mehr Milch an und rein theoretisch könnten wir jetzt ja nochmal eine Schicht Espresso drauf klatschen dann geht es aber wieder runter ok dann lassen wir das so ja für den ersten Kaffee ehrlich gesagt reicht es wir können hier im Nachhinein mehrere Sachen noch frei spielen wie Sojamilch oder Schokoladensirup Eis können wir drauf machen dicke dicke Sahne das wärs dann aber ich bin jetzt mal ein bisschen großzügiger mache jetzt hier mal so ein bisschen mehr rein wenn es das mehr kostet aber die Tasse muss voll sein es gibt nichts Schlimmeres das Kaffee zu bestellen dann ist er nur halb voll wo jetzt hier auch nicht wirklich Kaffee drin ist ok passt nächster Schritt bitte das Topping wir haben Schlagsahne oh yeah darauf stehen die Senioren wenn sich die Schlagsahne in ihrem Bad verfängt und Blaubeere ein bisschen Deko die lässigen Leute ganz lässig eine Waffelrolle ja also ich sag mal das Topping das kannst du immer drauf klatschen das mag eigentlich so gut wie jeder nächster Schritt ok wir sind an sich fertig jetzt brauchen wir nur noch einen Namen wir nennen es einfach Milchtraum so reicht erstmal dann muss ich den oder kann ich den jetzt schon hinzufügen also ich muss noch nicht ich hab auch noch gar nicht die Zutaten ach doch muss ich hinzufügen Moment dann machen wir es doch gleich wait Milchtraum bitte zum Menü hinzufügen so es geht um die Bestellung ganz wichtig öffne das Fenster Vorräte bis dann kenne ich mich schon aus ich hab das Tutorial schon mal ein bisschen gezockt so wir können jetzt hier Wasserfilter kaufen alles sortiert nach Qualität wir steigen erstmal ein ich weiß gar nicht wir haben 3800 ich bin jetzt nicht der Fan davon immer das günstigste zu nehmen deswegen hätte ich jetzt gesagt nehmen wir schon mal Stufe 1 der Filter der Wasserfilter und jetzt können wir hier auswählen wie viel wir machen erstmal ja zwei hätte ich gesagt zweimal 6000 Milliliter also es reicht für 6000 Milliliter ist teuer Geld ist eine sofortige Lieferung später können wir dann die Standardlieferung machen dauert dann ein paar Stunden bis die ankommt aber so kommt der Stuff natürlich gleich brauchen wir auch so Milch haben wir noch finden wir unter Zutaten da machen wir dasselbe Spiel wir fangen mit einem Stern an Milch ja ist glaube ich relativ schnell weg wir nehmen mal muss ja gucken aufs Geld ein bisschen Milch und Becher wir haben hier noch Toppings da sind wir aber die brauchen wir eigentlich auch wir haben hier schon was mit Waffelölchen und Co wir nehmen ja erstmal boah das wird teuer wir machen das anders wir machen das anders wir holen uns erstmal noch Becher to go knallhart wie du das klingt gut die sind ganz schön teuer die Becher hier krass 30 Stück nimm mal erstmal 60 jo spielt anscheinend in der Zukunft es wird alles schon von Drohnen geliefert das meine Freunde ist auch die Zukunft wow ok wir probieren das gleich mal aus nochmal zur Vorräte und dann Kaffeebohnen Dreamway bestellen Kaffeebohnen ja Dreamway wäre gleich im Grunde beste Qualität die es auf dem Markt momentan gibt aber ich hab ja eigentlich ich hab ja also eigentlich brauche ich noch gar nicht bestellen es gibt momentan eh nur per Sofortlieferung mal schauen ob ich damit durchkomme geht das great now you have coffee on the menu and supplies in stock it seems like you're ready to go but who's gonna make the coffee let's hire a barista brauchen Personal so öffne das Fenster Mitarbeiter stelle den ersten Mitarbeiter für die folgende Stelle ein Barista das war hier oben einmal Mitarbeiter wir haben ein paar zur Auswahl hier ist es wichtig zu beachten wie sie gerne arbeiten hier hat man Schalore und Schalore arbeitet gerne nach dem Tag abends haben wir dann auch noch Nachtschichten gibt es auch also unser Café hat natürlich 24 7 offen aber ich sehe gerade wir haben gar keinen für vormittags so hier sehen wir die Werte die sind jetzt nicht so gut aber jetzt ja gut hier Schnelligkeit sehr schlecht das ist eigentlich nicht so cool aber wir können unsere Mitarbeiter später verbessern wir holen jetzt erst mal die Schalore komm rein in die gute Stube jetzt brauchen wir natürlich noch einen Arbeitsplan finden wir hier das ist die Timeline wir sind jetzt kurz vor Mitternacht ich würde jetzt auch mal sagen ja schwierig unser Café startet erst um 16 Uhr Nachmittag ne 4 Uhr früh wäre das dann ne ja 4 Uhr früh aber das ist eigentlich eine gute Zeit 4 Uhr früh bis 12 Uhr Mittag und dann hätte ich vielleicht gleich noch wenn das geht weiß nicht ob das in ein Tutorial geht vielleicht noch jemanden für abends geholt so da haben wir die Joanna noch ne Charlotte Joanna ist ein bisschen teurer hat allerdings auch oh bis jetzt kommt noch einer dazu abends 4 Jahre Erfahrung aber er ist pessimistisch Qualität schlecht schlecht sehr schlecht weiß ich nicht hier ist wenigstens ein bisschen nicht schlecht mit drin also eigentlich taugt mir die Joanna am besten die nehmen wir mal so machen wir erst mal so ne Zweierschicht dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen für die Nachtschicht aber ich starte jetzt erst mal nur mit 2 Mitarbeitern denn wie Kim schon gesagt hat Mitarbeiter ziehen Geld aus der Tasche die sind teuer ja ist jetzt natürlich noch kein Mitarbeiter anwesend macht aber auch noch nix wir überspringen die Zeit bis dahin gerne aber bevor wir öffnen brauchen wir nochmal coolere Musik ich hätte es gesagt schön Jazz zum Anfang schön smooth ich finde die Grafik kann sich auch sehen lassen erinnert mich so ein bisschen an die Sims grafisch und von der Animation eigentlich ganz cool was mich ein bisschen stört ist dass wir hier die Ansicht der Mauer nicht ändern können das einzige was wir ändern können ist hier noch was drauf zu setzen was natürlich totaler Bullshit ist und ja dementsprechend geht das halt ein bisschen den Weg um aber okay vielleicht ändert sich das zum Release dann auch noch so jetzt müssen wir das Kaffee eröffnen das Kaffee wirklich Kaffee eröffnen selbstverständlich ja übertreibt mal nicht Kim yes hört sich gut an Kohle machen die Heuschrecke im Hintergrund passt gerade richtig gut hier zur Szenerie keiner da okay ich würde mal sagen wir spulen mal ein bisschen vor erstmal müssen wir einen Kaffee verkaufen das heißt wir brauchen jetzt erstmal einen Kunden aber wir haben ja hier noch wir bräuchten hier eine Milchaufschäumer da müssen wir eine neue Kaffeemaschine an sich kaufen und hier brauchen wir noch Schlagsahne Waffelröntchen und Blaubeere das müssen wir jetzt nochmal schnell organisieren Toppings Waffelröntchen Stufe 1 geht auch nur in Sofortlieferung ja wir fangen klein an Leute hier mal ein bisschen Schlagsahne und ein bisschen Blaubeere und dann schauen wir hier gleich ob wir die Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer organisieren können mit 300 Dollar nehmen wir mit damit sollte eigentlich dann sobald die Sachen da sind alles bestellbar sein was 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 war so da sammeln sich die Pakete sehr geil wir haben einen Kinomodus suchen wir mal ein bisschen raus yeah smooth doch ein süßes kleines Kaffee oder ali hallo palim palim wer bist du die Melissa 42 Jahre alt und hat Bock auf einen Kaffee goldenen Bohnen wir haben eine goldene Bohnen ich weiß ich weiß du wolltest die Kaffee zu deinen Kunden zu öffnen sie brauchen ein Ort um ihre eigene Business zu machen aber es ist noch Zeit für das erstens musst du fokussieren auf dem Golden Bean Level der Kaffee und dann kannst du mehr und mehr von ihren Problemen lösen Gerne gerne bewegen die Maus zeige über das Feld der goldenen Bohne so vertauben meint die dann jo tschüss Kim so wir spielen weiter wir sind jetzt auf uns alleine gestellt jetzt kann ich machen was ich will gut ah schau so langsam geht hier was voran er hat Kaffee to go okay cool wir haben noch ein bisschen Kohle übrig ich hätte gesagt wir wollen hier gleich mal gucken dass wir alle Schichten besetzt haben das heißt wir brauchen jetzt noch eine Abendschicht eine Nachtschicht glaube ich war das und eine Vormittag Vormittagsschicht theoretisch haben wir nicht deswegen erst mal Nachtschicht wir nehmen hier einmal ich hätte gesagt die 8 Stunden Schicht das geht dann von 8 bis 4 ja perfekt alle sind glücklich alle haben ihre bevorzugten Schichten das ist wichtig können dann können dann hier das Gehalt noch einstellen der Mitarbeiter wir können sie trainieren können alles machen was wir wollen hier und ich finde es wird Zeit für ein paar Snacks Snacktime hier können wir ein paar Croissants aufstellen muss gefüllt sein alles voll machen immer ganz wichtig dass alle Regale die man hat im Laden dass die voll sind wirkt ansprechender ja Baba Black White und ein Croissant ja perfekt so muss das wir haben tatsächlich noch gut Geld übrig ich würde jetzt mal sagen wir gehen mal so ein bisschen auf Vorrat kaufen wir jetzt hier nochmal ah jetzt geht's jetzt können wir uns so vier Stunden liefern lassen so viel wie wir wollen wir gehen jetzt mal hier nochmal auf fünf fünfmal 660 Gramm Wasserfilter auch nochmal fünf wir haben noch genug Kohle so Milch Milch ist immer ganz wichtig da geben wir auch Vollgas Vanillesirup ja würde ich sagen wenn dann Qualitätsstufe eins und auch erstmal so ein Fünfer Schwung kaufen wir jetzt von allem erstmal ein bisschen was ein damit wir ein bisschen Ruhe haben so Waffenröllchen haben wir eh schon nicht mehr viele die gehen gut weg würde ich sagen gleich mal ordentlich auf Vorrat Schlagsahne dasselbe Spiel Blaubeere ja komm die sind relativ günstig zu haben und dann vielleicht noch ein paar Becher für 100 Dollar würde ich sagen das reicht dann erstmal und während während es hier so ein bisschen anläuft hätte ich gesagt stellen wir nochmal ein bisschen was auf mehr Tische wieder hier ach der hat das gar nicht übernommen die Farbe muss ich die dann nochmal irgendwie austauschen stellen wir die hin wenn dann so oder Rot na wir machen Rot schönes Weinrot ist ja Weihnachtszeit kann man das schon machen so kommt direkt an die Wand ran können wir auf jeden Fall hier noch einen hinsetzen sind wir schon bei vier Tische und hier in der Mitte haben wir dann auch noch Platz machen wir aber dann später was hatten wir jetzt diese Farbe sind schon teuer die Sachen können wir uns auch nochmal gleich ein bisschen um Deko hätte ich gesagt Alter ist schon echt gut besucht es funktioniert Beste Kaffee hätte man unser Kaffee auch Kaffee Beste nennen können wäre auch geil gewesen so was haben wir denn so an sich für Deko Artikel paar Schränke hier so ein schönes Wandregal immer gut bin ich persönlich auch ein Fan von jetzt wird es teuer nicht zu viel ich darf nichts zu sehr übertreiben was kostet das 2,80 ist mir zu viel Snacks geht jetzt momentan eh nur Croissant haben wir aber noch voll Pflanzen auch immer ganz wichtig ein paar Pflanzen rein zu kloppen hier so schön am Eingang noch eine hin vielleicht hier noch eine hin die gefällt mir nicht ich denke ich die ganz geil und hier hinten im Eck könnten wir auch noch eine reinstellen ja das ist doch nice hier so dreimal Pflanze wir machen hier mal vier draus haben wir eine gerade Zahl was brauchen wir denn hier noch das wäre für Tische das wäre noch so eine Stehpflanze die machen wir hier so rein top vier Pflanzen reicht erstmal Lampen auch immer ganz wichtig Lampen das betrifft jetzt nicht das Licht sondern okay ja das machen wir klasse schwarz schönes moderne schwarz was kostet mich da eine 24 okay machen wir einfach erstmal hier und hier eine hin sorgen wir hier nochmal für Beleuchtung vielleicht noch was haben wir hier für eine Lampe so eine Stehlampe hier ins Eck schwarz bitte okay welche Richtung zeigt die denn eigentlich egal einfach rein damit dann machen wir noch eine hier hin oh hier ist ein bisschen Müll muss ich mich auch gleich drum kümmern hier noch eine und hier noch eine reicht Leute reicht Gemälde das große Mädchen machen wir hier hin ein paar Pferde für die Pferdeliebhaber Warning Hot könnte man eigentlich über die Kaffeemaschine machen das ist ja nur so ein kleines Ding und das Exit Schild gesetzlich vorgeschrieben muss ran so auch wenn ich jetzt nicht weiß ob das hier das offizielle Exit ist aber man kommt hier auf jeden Fall raus das ist schon mal gut so spezielle Sachen okay Billboards schaut das aus eigentlich ganz cool aber das lassen wir noch um so Kleinigkeiten wir haben hier noch Serviettenhalter ich muss mich jetzt echt gerade um den Müll dann kümmern platz ich mir hier noch Serviettenhalter jeweils auf die Tische bam bam reicht so muss ich jetzt mal gucken alter eine fette Lieferung am Start top Leute lass mal noch mal kurz wirken so Kino-Modus das ist doch schon mal ein ganz schnuckliges Lokal hier schönes Café das läuft alles wie im Schnürchen so muss das was ist das für eine Frisur bist du eine Frau hat sie die Augen zu okay wer bist du Businessman er ist so eher der Student hätte ich gesagt die Mutti ist auch da braucht natürlich auch ein Café damit sie wieder zurück zu ihren Kindern kann das ist das richtiger Businessman hier der ist cool auch mit dem Schnauzer ja gut Leute das wäre es dann erstmal gewesen für heute es geht auf jeden Fall noch weiter und natürlich würde ich mich freuen wenn ihr mir einen Daumen da lasst und mich ein bisschen zu unterstützen und jetzt wünsche ich euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag bleibt sexy und geschmeidig trinkt viel Kaffee bis zum nächsten Mal Tschüssi Kofsky ho 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 ihr chilligen Dudes und Dudettenen ja morgen ist es wieder soweit und ich wollte euch jetzt einfach mal von Herzen frohe Weihnachten wünschen wir alle hatten ein sehr durchwachsenes Jahr nun kommen wenigstens ein paar Tage in denen wir schön abschalten können so streng nach dem Motto probier es mal mit Gemütlichkeit mit Ruhe und Gemütlichkeit von dem her genießt die Stunden mit euren Freunden und eurer Familie schlagt euch ordentlich den Ranzen voll damit ihr dann zu Silvester dann gleich wieder euch den Vorsatz nehmen könnt die angeimpfressenen Kilos wieder putzeln zu lassen und lasst euch auf jeden Fall reich beschenken und entlockt euren Liebsten ein strahlendes Lächeln in dem auch ihr ihnen eine Freude bereitet genießt auf jeden Fall die wohlwollende Wärme in euren vier Wänden falls ihr die Gasrechnung bezahlen könnt denn draußen ist es bitter kalt dementsprechend mummelt euch schön ein und lasst euch literweise mit heißem Tee oder auch Glühwein volllaufen ergötzt euch auf jeden Fall auch an den süßen Geschmack von tonnenweise Plätzchen und lasst einfach mal die Seele baumeln das war es dann erstmal von mir wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Mal fröhliche Weihnachten bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.